Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge Fall Guys. Tosco hat sich hier gerade einfach frecherweise ein neues Outfit zugelegt. Kein Wunder, dass wir die Krone nicht bekommen, aber wer weiß. Vielleicht hat er mit dem neuen Outfit genug Energie, um das zu schaffen. Wir gehen rein, wir müssen nur noch auf Armin warten und dann, ähm, hoffentlich, äh, mal endlich, endlich mal ne Krone. Ich hab's einmal geschafft, man sieht das da oben links, wo muss ich, muss, oh Gott, man sieht mich gar nicht. Ich muss hier oben, da oben, nein, hier, da ganz oben, da sieht man, dass ich eine Krone bekommen hab. So, wir, äh, wir gehen jetzt endlich rüber zu den Jungs, was für ein, äh, ein schlechtes Intro. Ähm, Jungs, wo bleibt Armin? Ihr startet gerade das Spiel, kannst du mir... Ah, es ist unglaublich. Äh, achso, muss ich das machen? Nein, ich möchte keinen Gruppenchat. So, ready and go. Er sagt, äh, nee, zeig mir das nicht nochmal. Zeig dir das nächste Mal nochmal. Ja, ich glaub, die hören das ab. Passt gut, du musst, äh, noch ready machen. So, Leute. Wenn man, ähm, wenn wir alle den Drachen haben, das Kostüm, gibt es dann eine andere Animation? Den Drachen kriegst du, glaub ich, nicht. Ich glaub, der ist an den Premium Battle Pass gebunden. Bin mir aber nicht sicher. Du kannst hier Einzelteile bekommen, oder? Ich wollte auch grad sagen, ist das wie die Exodia. Zum Glück nicht die Mittelalter löschen. Löschen. Löschen Hindernisse. Oh, erste Reihe, Jungs. Jetzt muss was kommen. Jetzt muss was kommen. Hashtag no pressure. Sehr gut. Nice, Leute. Okay, 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 okay. Nicht so offen. Jetzt ganz easy da drüber laufen. Schauen wir. Die geht nach links. Oh, richtig gut, Jungs. Oh, der hat mich. Mein Gott, was fährt denn da draußen für eine Karre lang? Jetzt nicht ablenken lassen. Ich bin ohnmächtig. Was soll denn das? Wieso steht der nicht auf, der dumme Sack? Meine Güte. Ach, Mann, ey, die schubsen da alle. Die sind der Aschen da drin. Nice, Tosco. Aus dem Weg, Samurai. Sterf. Oh, zweiter. Ja. Richtig gut. Sorry, Leute. Alles gut. Ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. Nicht, dass hier nochmal so ein Prolet langfährt. Nach rechts. Sehr gut. Nice. Also, das Ding haben wir schon ausgerufen. Geh ja nicht anders sein. Komm schon. So. Hier sind wir wieder. Wahnsinnig. Der geht nie auf, Flo. Der da rechts muss links. Links. In der Mitte. Wenn da eine Öffnung in dem Strudel ist. Jetzt gleich. Jetzt. Rüber. Go, Flo. Go, Flo. Oh, Armin nimmt den wakalsigen Weg außenrum. Ja. Ist der wakalsig? Weiß ich, ich hab, äh. Ja gut, inzwischen ist er aber beim Flipper. Aber das mit dem Flipper ist manchmal ein bisschen kacke. Ja. Ja. Man sieht's gerade bei Flo. Sehr gut. Flo ist oben. Zeitlich mit Armin. Armin! Sehr schön. Nice. Alter. Man, man, man. Nice. Richtig gut, Tosco. GG, Jungs. Diese futuristischen Hindernisse sind dein Ding. Sind wir gerade bei 90 Sekunden reingekommen? Wir haben sogar erster und zweiter Platz gemacht. Jo. Das war richtig stark. Ja. Schade, dass man nicht irgendwie, weiß nicht, wenn man ersten Platz macht, noch so ein paar Bonuspunkte für die nächste Runde mitnimmt. Ja, das wär schön. Die Superpol. Hatten wir's heute schon von. Müssten wir mal den Vorger-Devs schreiben. Aber ich mein, es gibt ja... Heute sind viele Rennen, oder? Also wenig, wo wir nicht anders spielen, Modi. Ja, ich find's auch gut. Ich weiß nicht, ob ich die Karte kenne. Obwohl doch, ich glaub, das letzte Hindernis. Ja, doch, doch, doch. Oh, 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 oh. Diesmal sind's auch einfach nur Hindernisse. Keine thematischen Hindernisse. Es gibt generische Hindernisse und natürlich mittelalterliche und futuristische. Und dazwischen gibt es nichts. Gefährliche und frostige. Und die gefährlichen liegen neben dem Mittelalter. Der liegt einfach schon selber. Guck mal, wie sie uns jetzt in die letzte Reihe gestellt haben, nachdem wir eben so abgeliefert haben. Du recht. Frechheit. Ist ja auch, ist ja auch als nicht fair. Die Balance of Power. Wirklich. The Power of Four. Nein. Nein, jetzt geht das gerade zu. Oh nein. Nein. Nein, was passiert hier? Ach Gott, hab ich scheiße gebaut. Oh, der Letzte. Hast den weg. Das ist fies, wenn man da einmal erwischt wird, ne? Oh, sorry. Ich muss hier durch. Nein. Mal floren. Wir haben hier alle den selbst. Aua. Oh. Drin. Go. Oh. Prosit zu sieben, Jungs. Prosit zu nacht. Nein, 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 nein. Lauf, lauf, lauf. Es hängt alles an dir, Armin. Oh, nein. Oh, wie schnell waren die denn drin? Nein, nicht. Nein, hat leider nicht gereicht. Das hätte ich nie gedacht. Krass. Wir waren gerade auf Platz sieben und Abis ist letzter geworden, Alter. Sorry, bei einem, ja. Aber nein, dass da, da, bei diesem Bergauf-Ding, da hat es uns alle hell. Also da, wir hatten alle vorher bessere Plätze. Hätte besser sein können, aber mein Gott. Naja, habe ich nicht schnell genug gedrückt. So, jetzt gehe ich mal raus. Ja, okay. Das ist doch gerade deine Peak-Performance, Tosco. Ja, eigentlich schon. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Inward, please. Hier noch ist kein Platz mehr gekommen. Wie kann ich die Gruppe denn verlassen? Rechten Stick reindrücken. Ach so, ja, genau. Und dann kannst du unten Gruppe verlassen. Okay. Kann einer streamen von euch. So, ich habe dich eingeladen, Mike. Jungens. Ich kann es versuchen. Du machst es? So. Ready? Let's go. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass, wenn ich aussetze, dass ihr dann die Krone holt. Ich habe unsere Performance aber gerade sehr geboostet, bevor wir zu viert waren. Also, als wir noch zu dritt gespielt haben, haben wir überhaupt nichts gerissen. Da werden wir immer so richtig geplepsst im Team. Scheiß Randoms. Oh nein. Nicht die Wippen. Wisst ihr, was passiert, wenn ich die Karte sehe? Die Stimmung wippt. Haben wir überdreht sogar keinen Sound? Oder habe ich dich für mich überlegt? Ne, ich habe nur den Bildschirm. Der macht dann, glaube ich, keinen Sound. Ach, Mann. Sorry. Sollen wir für dich summen? Ja, bitte. Oh nein, 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 nein. Nicht jetzt schon an der ersten Rampe verkacken. Oh, komm schon. Ja. Das war jetzt aber heikel. Mal ein bisschen warten hier. Oh nein, 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 nein. Lauf da hoch, kleine Bohne. Oh nein. Verdammt. Oh, Gott. Der ist einfach in der Mitte rum. Der ist da hoch geflogen. Ist das tricky. Oh, was? Nein. Oh, jetzt, 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 jetzt. Oh, das sieht gut aus. Oh, was? Mann. Sehr gute Armee. Weil man hier einmal aus dem Flow rauskommt, ne? Nein. Was soll denn das? Och, Mensch. Oh. Das passiert mir ganz oft, dass ich hier durchfalle. Einfach durch die Wippe durchgeglitscht. Oh Gott, Position 14, das wird schlimm. Was denn das für ein Skin von dem Typen? Alter, die steht ja fast senkrecht. Oh, scheiße, boah, Trauerspiel. Ja, alles gut, das war aber von vornherein ne Fakes, ne Runde. Das müssen wir nochmal neu angehen, das können wir so nicht stehen lassen. Das können wir so nicht stehen lassen. Ah, die Wippen, das ist halt so ne 50-50 Chance, find ich. Wenn du halt im ersten Schwung gut mit durchkommst, dann ist alles cool, aber wenn du einmal verkackst, dann ist das schon scheiße. Arminius? Ja. Oh, ist doch bereit. Mann, Mann, Mann. Ich verpasse jetzt immer, was die Spiele und was sie sind. Wie komme ich denn? Können wir uns das nicht angucken, ist ja ärgerlich. So, jetzt 100% Leistung, 110%. Ich hoffe, dass jetzt einfach die gefährlichen Hindernisse kommen. Aber nicht die futuristischen, wir haben Tosco nicht dabei. Wer ist denn da gerade rausgegangen aus der Queue? Mann, Mann, Mann. Hat gesehen, dass wir drin sind, keinen Bock mehr gehabt. Ah, schon wieder keine gefährlichen Hindernisse. Aber hier komme ich eigentlich immer gut durch, habe ich das Gefühl. Sagte er und ward letzter Platz. Komm schon, erste Reihe. Oh Gott. Okay, go. Schön knubbeln, Jungs. Oh Gott. Das war aber gar nicht mal so schlecht. Huch. Oh, das hat mich richtig nach vorne katapultiert. Nice. Ach, fuck ey. Jetzt bin ich gefangen, Jungs. Armin, du musst erst auf die Elbe in den Clip springen und dann da dran. Oder du musst dich daran festhalten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Bin drin. Binn, Rinn. Ich bin auch drin. Oh, ich bin auch drüber her gesprungen. Flor, hat sie gerade voll aus dem Bild geballert. Alter was für eine kleine Krone, der hat vor dir, Armin. Scheiße, Scheiß. Ja, sieht wirklich gut aus. Was ist der denn da für ein Skill? Sind das Ostereier? Oh, leider nicht. Nee, das sind keine Ostereier. Das sind Früchte. Kann man auch mal mit Ostereiern vergleichen. Das Ding war genau unten. Meint ihr in tropischen Gebieten wird statt Ostereiern verstecken die da bemalte Wassermelonen? Die Map sagt mir gar nichts. Ah, doch, doch, die. Die ist aber schon ein paar Mal gelaufen. Oh, aber so mit den Streifen noch nicht. Was ist denn hier los? Alter. Das hat wieder so ein Nummer Zufallsmodus hier mit den Kacktönen. Das finde ich wieder uncool. Achso, die kommen doch irgendwo drauf. Ja, wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Nein, nein, oh Gott. Gerade noch so geschafft. Puh. Das kann nicht wahr sein. Mach die Tür auf. Geh doch auf, die Scheiße. Was soll das denn? Oh Mann, ich bin letzter. Oh Gott. Noch nix am ihn. Nein, das ging da runter, oder? Ja, ja. Nein, was? Drin. Oh Mann, ich hasse diese Map. Oh Mann. Da ist vorhin da einer hingefallen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, was ne Kack-Map, ey. Oh Gott. Das war ja nicht so gut. Nee, das war richtig scheiße. Katastrophe. So, ich kann mal ein Ründchen aussetzen. Na ja, ich auch ruhig. Aber Leute dürfen gerne mitspielen. Ich wollte gerade sagen, also es kann nur einer gleichzeitig aussetzen. Ich setze aus. Ich brauche einen Invite. Ja, okay. Ganz ruhig, Tosco. Es ist doch noch gar kein Platz in der Gruppe. Du bist doch nur in der Gruppe, oder? Ich bin noch drin. Jetzt habe ich schon wieder... Armin ist schon wieder auf Alt-F4 gekommen. Wie kann man... Einen Stick reindrücken? Einen rechten Stick reindrücken. Erstmal musst du wieder ins Hauptmenü. Ja, und dann? D? Dann rechten Stick reindrücken. Raus bin ich. Okay, dann... Einmal Tosco einladen. So. Na, Jungs? Ach, Gottchen. Da fehlt übrigens Text bei den Buttons. Ja. Ja. Das ist richtig. Wenn du Invite annehmen willst, dann steht da kein Text in den Buttons. Scheiß verbuggtes Game. Armin, bereit. Armin, wie sieht das eigentlich aus? Nächste Woche... Wir haben ja anscheinend nochmal für Verlängerung gestimmt. Nächste Woche gibt es ja nochmal Fall, Guys. Aber die Woche darauf. Armin, was ist denn in der engeren Auswahl? Moment. Squadron. Cool. Squadron. Ach, das Star Wars Ding. Ja, der Star Wars Boot Simulator. Vielleicht kann ich meinen Flightstick mal wieder auspacken. Ja, Mann. Endlich macht er sich bezahlt. Finally. Nachdem du das Baby Dangerous Intermezzo für zwei Wochen oder so. Ich hab das wohl länger gespielt. Ich hab das nie gespielt. Nice. So, Jungs. Jetzt muss ein Top-5-Finish drin sein. Sicher. Ich hab mir das gestern mal angeguckt, den Multiplayer. Das sieht schon geil aus. Ich glaube, wir kriegen am Anfang nur auf den Sack. Ich hoffe, das Ding läuft bei mir. Das ist doch grafisch so ein Bombasto-Game. Ist halt bei EA im Game Pass. Ja, ja. Ultimate Game Pass. Dann hast du ja EA Play. Aus dem Weg. Nein. 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 Oh Gott. Ja, oben ist es viel geiler. Oh, Mann. Ja, komm. Ich lauf einfach hier weiter. Go, go, go. Nein. Oh, es ist aber... Es läuft alles schief, Jungs. Es läuft alles schief, was schief laufen kann. Oh Gott. Oh, nein. Ich bin im Todeskreis. Au. Okay. Ja. Einer fehlt noch. Ich... 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 Ja, das habe ich auch genommen, aber das ist... Weiß ich nicht. Manchmal geil, manchmal nicht. Wir brauchen ganz dringend alle diesen Biker-Helm. Ein Biker-Helm. Ja, den die zwei da auch unter uns anhaben. Diese coolen Skater-Helme. Ah, okay. Oh, nein. Das liegt gerade bei mir ganz gut. Ja, dann setzen wir alle Hoffnungen auf dich. Okay, haltet mir den Rücken frei, Jungs. Und nicht festhalten. Die anderen halten alle fest. Mike läuft durch. Ja, wenn Mike erster wird, dann müssen wir doch auch erster werden, oder? Läuft das nicht so? Also, wenn Mike erster wird, können wir ja nicht erster werden, weil Mike erster ist. Das ist auch ein Team-Effort, oder? Das ist ja keine Einzelleistung. Sorgen alle dafür, dass Mike erster ist. Nur um deine Qualifizierten zu werden. Okay, ich starte als einziger nicht. Danke, Mike. Jetzt kannst du jetzt sitzen. Der kann dir die Schuld nicht mehr geben. Boah! Schneeball! Ja, so ein Schneeball-System. Okay, so weit, so gut. So, auf jeden Fall außenrum. Außenrum. Oh, geil. Ich bin mittendurch. Alter, nice. Nein, was soll das denn? Was ist das für eine Frechheit? Wieso hat der Ventilator mich geschoben? Die bremsen einen doch sonst nur. Ja, Mann. Wo ist denn der? Nein, ich schaff's nicht. Oh. Da muss man mit dem Hechtsprung echt aufpassen. Und immer schön springen. Und... Boah. Nice. Herrgott, hasse ich diese großen Ventilatoren. Jungs, ey. Richtig schön. Wir sind zu viel. Wir sind jetzt Zweiter. Was war das? Jemand hat noch mehr Points geholt. Drei, um genau zu sein. Ne, zwei nur. Äh, wineglas. Das ist ein richtiger Pleb. Der will sich nicht mal mehr. So ein gutes Gefühl, wenn man schon im Ziel ist und sich über die anderen lustig machen kann. Ja. Das ist das Beste. Der hier mit seiner Unterwuchse. Wie das aussieht. Oh, herrlich. Oh Gott, der arme Junge hier. Die Springbohne? Ja, die Springbohne. Der kommt ja gar nicht voran. Oh Gott. Jetzt wird's ihm gleich noch. Oh Gott. Oh Gott. Ei, ei, ei. Vor dem Ding stehen, damit er nicht mehr an. Der Arme. Oh Gott. Das hat jetzt... Das hat wehgetan. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat keinen Spaß gemacht. Das tut mir leid für ihn. Ich habe mich gemerkt, wie der eigene Skill runtergeht, nur vorm zu gucken. Vor allem, nachdem wir die letzten Runden in der ersten oder zweiten richtig schön verkackt haben. Jetzt noch richtig hochnäsig auf die anderen runtergucken. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ne. Diese Runden haben nie stattgefunden. Ich war eh nicht dabei. Schneide ich auch aus der Aufnahme raus. Nichts dergleichen ist jemals passiert. Och nö. Ach du Kacke. Das ist quasi wie das... Eisfeldweiter bei Lugatv. Hashtag Relatable. Nur, dass es hier doch auch Schneekugeln gibt. Aber nur die helleren, also die... Was heißt die helleren? Die blauen, die... Da kannst du dreimal drauf gehen. Dann gehen die kaputt. Die grünen bleiben, meine ich. Aber hier rollen halt noch diese riesen Eiskugeln gleich rum. Ist eigentlich mehr als eine Kanone davon? Das ist ne gute Frage. Oh nein. Oh, war das knapp. Die schießt halt auch, wenn die Kanonen sind halt... Ja. Der größte Feind ist hier einfach die Kamera. Das ist wirklich so. Ich mach schön... Ich hab schön viel Eis kaputt gemacht. Oh fuck, 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 fuck. Wenn die Kugeln da drüber gehen, dann... Dann gibt's auch kaputt, ja. Puh. Aus der Weg! Können die eigentlich auch da durchfallen? 25 Sekunden, Jungs. Nee. Nee, 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 nee. Einfach schön im Kreis laufen. Ich hab... Ich hab grad einen guten... Wir haben grad einen guten Rhythmus. Oh, oh, Kugel! Oh, verdammt! Oh nein. Oh, Vorsicht, Jungs! 1540, alle umdrehen. Oh Gott! Ich komm nicht weg! Ezio hat mich festgehalten, die dumme Sau. Das hat doch recht erst... Nein, ist mir nicht runtergefallen. Aber bei mir stand auch, dass ich überlebt hab, obwohl ich runtergefallen bin. Na gut, okay, dann weiß ich's nicht. Dann weiß ich es. Alter, dieser Ezio. Der ist richtig ätzend. So. Schneid das raus. Ich find's gut, wie das geteilt ist. Ich fang jetzt noch mal Fußball. Ich muss auf alle Disziplik. Oh nein! Oh nein! Aber es ist das Finale, Boas. Kommt, Leute. Ey, wenn wir jetzt diese Krone holen, es wär ja so geil. Das kann doch so schwer nicht sein. Ist doch ganz einfach. Einfach als letztes noch da sein. Am besten außen laufen. Ja, weiß ich nicht, ob... Aber grundsätzlich mach ich das auch immer. Ja, außen laufen ist eigentlich... Gut, ich spring nach hinten links. Achso, ja, da spring ich auch drauf. Dann springen wir da beide gleichzeitig. Oh nein! Das fing ja schon richtig scheiße an. Ich hab direkt zwei übersprungen. Oh fuck! Nein! Weil ich einfach komplett außen dran vorbeigeflogen bin. Oh. 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 Oh nein, nein, nein. Nein! Was mach ich denn? Ich hatte so'n... Oh, ich will dir das nicht wegnehmen. Sorry, sorry, sorry! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Wäre ich auf der Ebene geblieben. Wäre alles gut. Oh. 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 Ich bin dagegen gesprungen. Gegen die Kante. Oh. 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 Mäßchen nicht! Oh nein! Hahaha! Scheiße! Ach, Mann! War knapp zwischen den Beinen. Ey, ich bin... Oh. Richtig gut, Julian. Ich bin einmal so blöd eine Ebene runtergefallen. Wenn ich die geholt hätte, das hätte richtig gut ausgehen können. Ach, Schande. Das war ein Kackapipi-Dreck. Direkt gemeldet. Ach, Mann, ey. Ich werde nochmal richtig schönen Punkte machen. Hat da schon mal einer von euch eine Krone geholt? Ich habe eine Krone, ja. Cool. Tatsächlich habe ich mir die im Singleplayer mal geholt. Nein, ich habe den Kletterhelm. Ausgerüstet. Dann rüchte ich den jetzt auch aus. Wenn du das machen darfst, darf ich das auch. Aftosko nicht machen. Safety first. Hier, Shoshi hat sogar das komische Gesicht dran. Dann darf ich auch den Kletterhelm auch machen. So, sollen wir nochmal tauschen? Ja, ich bin noch eine Art. Du bist raus. Ja, ich mache dann eine Pause. Okay. Na gut. Ich kann auch Pause machen. Nein, nein, nein. Okay, alles klar. So. Für euch hört die Folge hier allerdings, ob ich rausgehe oder nicht, hört sie trotzdem auf. Ey, es war so kurz davor. Ihr habt es gesehen, es war so kurz davor. Wir sind, wir schaffen das noch. Irgendwie schaffen wir das noch. Wir haben ja im Notfall noch einen Mittwoch. Äh, wir zocken jetzt noch ein Ründchen, nehmen das natürlich auf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Leute, macht's gut. We'll be right next.